Musik 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 In dem anderen Server Was? Ich komm nicht drauf, ist scheiße Hast du grad die Tüte so gemacht? Jo Hier unten ist einer, Eckgebäude Der hat grad die Tüte so gemacht Komplett schwarz Motorradhelm Jetzt bin ich runter Der ist jetzt oben Von hier aus kann ich ihn nicht abschließen Oh da läuft noch einer Von Zwischen Eckgebäude und Krankenhaus Obendrauf auf dem Backsteinhaus oder was Ne Fabrik oder was? Auf der anderen Fabrik, da wo der Turm steht glaube ich Ist einer drauf gelaufen Ah ja ja ich seh ihn Ich seh ihn Warte Oh nein Ist der zu perfekt Steht da ein Bambi alter stehen Ah der ist tot ne Weil der steht da Weil der steht da Weil der steht da Guck jetzt wird's runtergeklettert ey Wo ist er auch da? Muss ich nochmal zeigen Ich seh ihn nicht mehr Ah ich seh ihn nicht mehr Ich seh seinen Kopf Reicht doch Reicht doch Ich hab ihn in den Kopf geschossen Und der blutet nur Ich hab nur seinen Dreckskopf gesehen Lächerlich Aber der blutet aber richtig heftig Ich seh ihn nicht mehr Ich seh nur seinen Kopf Ich glaub der ist tot Wo ist er ein Schuss? Äh ne warte Ihr geschossen? Ja ich schieße ihn Ja Verbindet der sich oder ist der Pony? Ja Ja Wo ist er? Ja Wie ist er? Ja Wie ist er? Ja Wollock bewegst du dich? Jaja Ich hab mich grad bewegt Ich guck der ist tot Keine Ahnung Ich seh jetzt halt seinen Kopf noch Warum siehst du das? Seh ihn nicht nein Sieh nur seinen Kopf Ich bin ja unterhalb Ich seh ihn quasi bloß wenn er hocken würde oder Irgendwie Leute, jetzt mal an dem Ausflug... Fenster hier unten. Oh, Garten. Der ist hier über, ey. Wir sehen nur noch seinen Kopf. Der blutet. Ja, denn... Willst du doch Leichen bluten weiter? Ja, der blutet aus. Oder der ist unconcidious, der blutet halt. Unconcidious... Boah, was war das? Headset von... Bunken Headset. Nein, nein, er steht wieder! Er steht wieder, Norm! Jetzt ist er tot, jetzt ist er tot. Jetzt ist er definitiv tot. Er hat wirklich nur anconcidious. Ich hab in seinen Kopf geschossen, Alter! Was hast denn, bitte? Okay. Okay. Das... Du sitzt hier nämlich mal um, du wartest so lange noch, hältst es im Blick. Also, es sind mehrere, ne? Ja, ja, ich versuch... Könnt's ja nur versuchen. Ah, ne, ich guck, ich seh, ich hab da keinen Blick drauf. Warte, warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Wo ist er denn? Hab ihn getroffen! Er ist unmächtig! Er ist unmächtig! Renn hoch! Renn hoch und gib ihnen den Rest! Ich denk dich ab, ob da noch einer kommt. Da liegt er, oder? Er ist tot. Ist tot? Okay, er blutet noch. Pass auf, da kann noch einer sein, ne? Ich bin wieder zurück. Mal gucken, das Klier ist da oben. Wo bist du jetzt hingelaufen? Ich bin wieder zurück in meiner Mauer hier. Ich guck, bei mir ist einer. Bei dir ist einer? Ich hab viele Töne gehört. Hier. Kriegst du dich? Nee. Hat was gehört. Ich glaub da kommt einer hoch, warte mal. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der war hier, das war der Schwarze mit Motorrad da hin. Wo ist der hochgegangen bei dir, oder? Ja, ja, der hat gerade meine Tür aufgemacht. Oh, der hat eine Schottkern gehabt. Ich bin ja alle gekült zu dir. Ich bin bei dir. Ja, du bist bei mir. Ich bin ja auch immer wieder bei mir der customizationteicherung durchz revengen. Wir können auch erst mal nach Töne chimisch diskussier stronger, Bis zum nächsten Mal.